Kleine Ankündigung für heute Abend, ihr wisst, Sonntag 19 Uhr, es gibt wieder auf Twitch einen neuen Livestream mit mir, wieder mit Facecam, wie ihr es kennt, Frise, würde ich sagen, sitzt einigermaßen, iPad ist ready geladen, das heißt, es steht dem Ganzen nichts mehr im Wege, 19 Uhr geht's los, den Link zu Twitch findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung und wie gesagt, um 19 Uhr sehen wir uns dann hoffentlich auf Twitch, ich freue mich auf euch, macht's gut, bis dann, ciao.